Erstmal in Energy getrunken, am morgen früh das beste, Alter. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video hier. Ja, mal wieder etwas anderes, nicht bloß ein Minecraft Let's Play. Und zwar wollte ich euch heute mal gerne erzählen, ja warum ich denn, warum zum allem gestern kein Video kam. Warum, ja wisst ihr nicht, aber ich habe die letzten Videos hier Freitag und Samstag vorproduziert, weil ich weg war. Ich will euch mal kurz die ganze Story erzählen, ich weiß nicht, vielleicht juckt es ja den einen oder anderen von euch. Vielleicht hört ihr gerne zu, wenn ich was von meinem Real Life erzähle. Daher würde ich sagen, ich gönne mir erstmal an Energy Leute und dann erzähle ich euch mal die ganze Scheiße. Prost, Alter. Also, ich habe am Freitag ein Video für Freitagabend, also um 18 Uhr und Samstag vorproduziert, ne. Weil ich und ein Rumpel dachten uns nichts Böses, haben wir gedacht, wir wollen ja in Kanton Luzern für die Schweizer die Scannen. Dachten wir uns, ja wir fahren nochmal in den Süden, äh, wieso nicht, mit dem Roller, sind wir nach runtergefahren. Wir wollten über den, äh, Gotttag passen natürlich. Ja, er war natürlich schon, das Wetter war nicht das Beste, ne, wo ich losgefahren bin, war, nicht, sondern, nein, nee. Aber es hat nicht geredet, es war trocken immerhin, ne. Aber, aber eine halbe Stunde später immer Regen durchgehend, alles hat kaum aufgehört zu regnen. Auf jeden Fall, wir sind da runtergefahren. Wir haben uns vorhin im Aldi noch eingedeckt mit Energies und irgendwie so ein Grill, wo man Würstchen drauf braten kann und alles so. Und natürlich haben wir ein Zelt dabei gehabt, Leute. Wir wollten da Zelten gehen. Das war soweit unser Plan. Und, ja, dann sind wir da runtergefahren. Ja, also Google Maps, wir dürfen ja mit dem Roller, meinen kompletten 50 Kubik Roller, wir dürfen natürlich nicht auf die Autobahn, das ist ein bisschen dumm, das heißt, wir müssen alles über Landstraßen da machen. Also, Google Maps sagte vielleicht, was waren das, vier, fünf Stunden ungefähr bis da runter. Also, ursprünglich das Ziel war ja Lugano im Tessin. Ich denke mal, die Schweizer von euch kennen das, die Deutschen, ja, ist halt eine Stadt ganz im Süden von der Schweiz, ne. Das war so, erst mal unser Ziel. Sind wir losgefahren, ja, über den Gotthalpass, mein Kumpel, der Roller hat erstmal richtig die Mühe gehabt, da überhaupt hochzukommen, Alter. Teilweise echt mit so 10, 20 kmh da hoch, Alter. Hat richtig angekotzt und dann, ja, zwischenzeitlich ist er gar nicht mehr gegangen. Da musste mein Kumpel erstmal wieder umdrehen, dann ein bisschen, ich sag mal, Anlauf holen, dass er da wieder hochkommt. Ja, da haben wir schon einige Zeit verschwendet, um den scheiß Gotthalpass da hochzufahren. Und das hat schon einige Zeit gedauert. Ähm, da oben war dann auch, wir dachten ja erst so, der Gotthalpass hat, ich glaube, am 30.05. geöffnet dieses Jahr. Und wir dachten ja, aber ich werde ja nicht die Einzige sein. Ich meine, wenn er schon offen ist, werden wahrscheinlich viele Leute da in den Süden fahren, ne. Wir waren fast alleine auf dem ganzen Pass oben, haben kaum Leute gesehen. Vielleicht alle 510 Minuten ist vielleicht mal ein Auto gekommen. Und, ja, wir sind da mühsam, ganz langsam da hochgefahren. Immer wieder Pause gemacht, bisschen gechillt. Und, ja, oben alles weiß natürlich, alles vor der Schnee, irgendwie 4 Grad oder so hat es gehabt, glaube ich. Auf jeden Fall richtig schön kalt, vor allem weil ja so Handschuhe und so, ist alles schön, äh, durchnässt natürlich. Ist ja wunderbar beim Fahrtwind und der Kälte noch, alter. Also ich hatte ja zum Glück, hatte ich Motorrad, äh, Hose und Jacke an, wo wasserdicht war. Das war auf jeden Fall gut, meine Schuhe waren auch total durchnässt, alter. Wir haben irgendwann oben angekommen, sind wir dann natürlich wieder andere Seite runter, ne. War dann auch schon, wir sind ungefähr um 18 Uhr losgefahren in Luzern, wo wir runtergefahren sind, war vielleicht 22 Uhr oder so, schätze ich mal. Ja, es war dann auch schon langsam dunkel, ähm, hat natürlich immer noch schön geregnet, war alles nass, der Boden war so, äh, wie sagt ihr, Pflasterstein, also richtig behindert, richtig schön Rutsche mit dem Motorrad, ne. Und natürlich noch richtig fett, dichter Nebel, alter. Man hat nix gesehen, man ist fast ausgerutscht und müsste da irgendwie den Fakt berg runterfahren, äh, Digga. Man hat kaum was gesehen, er hat, das war, das war echt kritisch, ja, ne. Also überhaupt irgendwie runtergekommen sind. Man konnte echt nur, vielleicht mit höchstens 20 kmh da runterfahren. Weil sonst hättest du ja auf die Kurve nicht gesehen. Er war ja so eine Passstraße, wo alle 100 Meter oder so eine Kurve kommt. Und, und dann so 180 Grad rumdrehst, ne. Ist heftig auf jeden Fall. Irgendwann sind wir dann unten angekommen. Dachten wir uns, irgendwann mal angeschrieben, so 80 km nach Berlin-Zona, ist auch so eine Stadt, nicht ganz so weit zügig wie Lugano, aber auch irgendwie da unten. Dachten wir uns, ja, können wir also mal da hinfahren, oder? Ja, ging dann auch wieder über eine Stunde. Irgendwann da angekommen, war vielleicht, ähm, sagst du, halb zwölf oder so, schätze ich. Natürlich alles immer schön nass, aller richtig kalt. Dachten wir uns ja, wegen Zelten, ne. Wir haben eine Zelte bei, und so ein bisschen isomatte, ne, wo nicht ganz auf Markenboden liegen müssen. Natürlich schlafen und alles so, ne. Dachten wir uns, ja, wo wollen wir Zelten? Bisher waren wir immer auf dem Lidl-Parkplatz oder so, weil wir so einen Trip gemacht haben. War auf jeden Fall nice, weil da ist, nein, der Boden ist nicht so, so macho oder so wie auf der Wiese. Von daher ist es eigentlich ganz praktisch, würde ich sagen. Wir sind dann kurz im Zentrum von Belizeon ein bisschen rumgefahren. Einmal quer in den Schulhof. Wir haben dann zu spät gesehen, dass das eine Schule war. Ja, auf jeden Fall daneben, irgendwo war dann so ein riesiger Parkplatz. Wir dachten uns, passt oder? Zelt erstmal in der Ecke vom Parkplatz aufgestellt. Nebendran war noch irgendein Park, so eine Wiese mit Bäumen und was auch immer. Auf jeden Fall, wir chillen da auf dem Parkplatz. Erstmal den Grill anschmeißen, paar Würstchen auf dem Grill, Alter, so um 12 Uhr nachts oder so. Aber auf jeden Fall richtig gemütlich, Alter. Vor allem, da hat es im Moment nicht geregnet. Wir waren zum Glück ein bisschen unter dem Baum. Da hat es da nicht so fest geregnet, hätte. Aber es hat gar nicht geregnet, das war richtig nice. Und dann natürlich irgendwie versucht, Handschuhe und alles auf dem Grill ein bisschen zu trocknen, was natürlich nicht wirklich ging. Aber dann haben wir erstmal gefressen und alles. Richtig chillig und energy hintergeballert. Und ja, wir haben bestimmte zwei Stunden da gechillt. Da haben wir so nachts um zwei oder so. Auf einmal beginnt die Scheiße da zu regnen, Alter. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig heftig. In Strömen hat die Scheiße auf einmal geredet. In der Sekunden hat das angefangen, ne? Wir haben natürlich das Zelt zum Glück schon aufgebaut. Die ganzen Matte und Rucksack und Klamotten und alles einfach mal reingeschmissen, Alter. Richtig schnell sind wir ins Zelt reingegangen. Dann natürlich erstmal die ganze Kacke, wo man hat. Irgendwie sortieren in einem engen Raum, ne? Also alles ausbreiten und so. Ja, dann sind wir dann irgendwann mal pennen gegangen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da viel gepennt habe. Vielleicht so drei, vier Stunden oder so, wenn es hochkommt. War auf jeden Fall eine nice Erfahrung, Digga. Ja, zum Glück war es in so einem Zelt nicht kalt, weil zu zweit oder zu engem Raum. Äh, ja, da wärmt man sich, da wärmt sich der Raum halt einfach auf. Das ist echt nice. Das wäre echt kalt gewesen sonst. Ja, da sind wir da ein bisschen gepennt. Ich meine, zum Glück kam kein Parkwächter oder irgendwas, was uns gesagt hat, dass wir das nicht dürfen. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt wäre oder nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gemacht. Ja, dann nächsten Morgen vielleicht zum, sechs oder so, schon wieder aufgestanden. Ähm, sieben, keine Ahnung. Dann haben wir alles zusammengepackt. Natürlich immer noch in Strömen geregelt. Genauso wie nachts, Alter. Immer noch so schlimm. Aber wenn es versucht, im Zelt irgendwie warm anzuziehen, dann schnell raus. Erstmal, ganz ehrlich, Leute, erstmal in Energy getrunken, Alter, morgen früh das beste, Alter. War richtig nice. Ähm, ja, und dann... Zum Glück sind die Roller auf dem ersten Versuch wieder angelaufen nach einer Nacht, 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 Regen, Alter, hatten wir Glück gehabt. Joa, in den nasen Handschuh rein wieder. Ist nice auf jeden Fall. Dann sind wir erstmal weilegefahren von Berlin-Zona nach Lugano, wo ja eigentlich unser Ziel war. Da angekommen haben wir erstmal ein bisschen gefrühstückt, ein bisschen Brötchen, schön gegessen und so. Ja, viele haben auch nicht mehr da gemacht, so sind wir in so ein Einkaufszentrum oder Englisches gegangen. Erstmal, ähm, vom Regen geschützt, da kurz mal ein bisschen chillen, dass wir ein bisschen in Ruhe mal auf Google Maps oder so schauen können, äh, wo wir hinwollen und so. Dann dachten wir uns erstmal Richtung Kanton Graubünden, wer du weißt. Dann haben wir überlegt, welche Stadt wir gehen können. Wir dachten aber nicht mehr Zelten bei dem Regen, weil jetzt eh schon alles verdammt nass ist. Da dachten wir, wenn, dann jetzt ein Hotelzimmer, ne. Eigentlich, wir wussten gar nicht, dass wir zweimal übernachten. War dann einfach spontan. Auf jeden Fall haben wir dann Davos gesehen. Ne, zuerst haben wir Arosa gedacht, ne. Man denkt, ja, ist teuer, bla bla. Steht da, so auf Trivago war das, glaube ich. So ein Hotelzimmer, 50 Franken für zwei Personen pro Nacht. Dachten wir uns, Digga, ist das günstig, ne. Direkt anschauen, oder? Und dann steht unten so, richtig klein gedruckt, alter, plus 80 Franken Endreinigung, oder so. Das nach der ganzen Scheiße nochmal 80 Franken zahlen, damit die, äh, Hurenzimmer und das noch putzen, oder? Ja, wahrscheinlich bezahlt so viel für eine Nacht, oder? Alles klar, war dann schlussendlich doch Davos. Und, ja, das war auch gar nicht mal so teuer, glaube ich, ist ungefähr 70 Franken für zwei Personen pro Nacht. Das ging auf jeden Fall. Natürlich ist erstmal dahin fahren, Google Maps, sagt, glaube ich, ungefähr 200 Kilometer oder so. Das waren auch vier, fünf Stunden, natürlich, wir machen im Zwischendurch ein bisschen Pause, ein bisschen chillen, kein Stress, oder? Weil nach einer Zeit fahren, tut ihr einfach der erste weh, Alter, ohne Scheiß. Auf jeden Fall, der Zwischenjagd noch ein weiterer Pass, nicht nur der Gottschatt haben wir gemacht, sondern auch der San Bernardino. Ja. Der ist auch irgendwie über 2000 Meter hoch, glaube ich. Natürlich wieder das gleiche Problem mit meinem Kumpel, sein Roller. Der ging einfach nicht da hoch, alter, der wollte einfach nicht, weißt du. Der war so fucking langsam, da musste ich wieder Pause machen, wir will kurz umdrehen, ein bisschen Anlauf holen, immer da selber, Alter. Hat echt lange gedauert, bis wir endlich da oben waren. Und dann war natürlich auch wieder eiskalt, Alter. Ja, obendran war dann auch so ein kleiner See oder so, war echt nice zum Schauen. War wirklich eine schöne, umgeben würde ich sagen, Landschaftdings. War schön zum Ansehen, der See war irgendwie halb auch gefroren, so war so kalt. Ja, da oben kurz, bisschen gechillt. Und dann ging es auch schon wieder, andere Seite runter, aber beim Hochwandiger, das glaubt ihr gar nicht, ne. Du denkst so, du schaust in den Berg hoch, oder siehst du sie zu die Kurve. Ja, nach der Kurve gehst du dann geradeaus, oder? Ich hab kaum, bist du in den Ecken hervorgefahren, siehst du da, schaust wieder an den Berg hoch, siehst du nochmal 10 Kurven, die du machen musst. Du kommst nie oben an. Und echt verdammt lange dauert, Alter. Ja, auf jeden Fall sind da auch sowas wie Ferrari und Lamborghini in dem Scheißwetter da hochgefallen. Haben wir nicht, was die da oben wollten. Wir sind auf jeden Fall an der anderen Seite wieder runter. Das ging dann einigermaßen natürlich immer heftig bremsen, weil Nass und Kurve plus bremsen ist nicht gut. Also müssen wir da ein bisschen aufpassen, aber wir haben es irgendwie nach unten geschafft. Und dann stand auf einmal so, durch Straßenstil, so 30 Kilometer bis da raus. Wir dachten uns, ja, Herr Digger, 30 Kilometer, das ist ja nicht mehr viel, oder? Na, ist ja nur in einer halben Stunde da vielleicht, oder? Aber Digger, da war noch so ein scheiß Berg dazwischen, ne. Ey, ich glaub's nicht, man, der hat nochmal so lang gedauert, locker über eine Stunde. Die, für die 30 Kilometer, hat das übel lang gedauert, man. Das hat sich so hingezogen. Ja, irgendwann sehen wir dann auch, ja, ungefähr bei den 30 Kilometer Schild, ungefähr da, hatten wir überhaupt keinen Bock mehr, Alter. Es war so kalt, alles war nass, die Hände sind abgefroren, Alter, ich schwör's dir. Ja, irgendwann sind wir dann doch in Davos angekommen, wir waren so froh, endlich da zu sein. Und, ja, erstmal, das Hotelzimmer, also das Hotelding suchen, lass mal kurz einchecken. Ja, das Hotel hat irgendwie, drei Gebäude gehabt, also wir hatten da eingecheckt, hatten wir einen Schlüssel gegeben, gesagt, ja, ihr müsst jetzt nach da und da, wir haben natürlich nicht wirklich zugehört, hatten keinen Plan, wohin, mussten erstmal 10 Minuten das Hotel suchen, wo es eben so 200 Meter weiter war, ja. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwann unser Hotelzimmer gefunden, erstmal richtig schön warm duschen gehen, ja, er war richtig nice. Ich hab da gesehen, meine Fingernägel waren ernsthaft blau angelaufen, weil es so kalt war, war einfach blau-lila, irgend sowas. War nice auf jeden Fall. Ja, erstmal duschen, bis ins Bett schillen, bis ins Fernsehen, richtig schön, das kuschelige Bett, viel besser als auf einem harten Plagplatz natürlich. Aber natürlich, wir sind da ungefähr, sag ich mal, zwischen 4 und 5, glaube ich, angekommen. Dann hatten wir natürlich langsam Hunger, ne. Dachten wir uns, ja, gehen wir mal eben einkaufen. Haben wir natürlich so was wie Schokolade, Chips und so gut, Snickers, glaube ich, noch. Natürlich, ich wollte mir Teig warm machen, ne. Passt ja, oder? Ist ja nicht, ist, äh, nicht schwierig zu machen. Wir können beide nicht wirklich kochen, ne. Aber das mir, ja, da kriegen wir hin, wir hatten sogar eine Küche im Hotelzimmer, von daher war das auf jeden Fall safe. All haben wir Nudeln gekauft. Und, da hatten wir irgendwelche Würstchen dazu. Damit wir irgendwas zu puttern haben, okay. Alles eingekauft, gut nach Hause gegangen. Ja, aber die Nudeln, die brogen ja selten, ne. Es hat einen Salzbäder gehabt und der war leer, toll. Hat keine Gewürze, nichts gehabt in der facken Küche, ne. Wir haben ernsthaft die Teig waren, ähm, ohne Salz gegessen, sondern wir haben ein bisschen, ein bisschen, äh, Nacho-Chips darüber gemacht, alle, weil es ein bisschen Salz dran hatte, weil ich mir das irgendwie fressen konnte. Die wüssten wir mal auch voll eklig, glaube ich, keine Ahnung, wieso. Auf jeden Fall haben wir das dann irgendwie gegessen. Irgendwie, ja, irgendwie haben wir es runterbekommen, hatten dann auch keinen Hunger mehr, nachher. Ja, der restliche Abend war eigentlich noch im Zimmer chillen, im warmen Kuschel im Bett. Bisschen auf Streife schauen und so eine Scheiße. Äh, hier haben wir schon irgendwann gepennt haben. Das war auf jeden Fall richtig geiles Bett, richtig schön kuschelt, man. Ich habe auf jeden Fall richtig gefeiert. Ja, dann nächsten Morgen, ich denke mir so, ich bin einer, der ich penne richtig gerne lange aus, ne. Mein Kumpel ist ein richtiger Frühaufsteher, perfekt, oder? So morgens um, was war das um neun oder so. Ich dachte mir, ja, kann man locker noch zwei Stunden planen, wir müssen ja erst um elf raus oder safe. Ja, um neun macht er mal den Fernseher an, versucht seine Socken und alles mit dem Föhn zu trocknen. Und ich bin auf jeden Fall natürlich nicht aufgewacht, ist klar, ne. Der hat mich das angekostet. Aber das Ding war auch in einem Funken-Hotelzimmer, es gab keine Heizkörper und nix. Wir konnten nirgends Handschuhe, Socken oder T-Shirt oder irgendwas trockener. Es gab einfach nix. Wir haben versucht mit dem Föhn ein bisschen was hinzukriegen, das aber auch dauernd überhitzt die Scheiße. Also, man muss wieder am nächsten Morgen mit den nassen Klamotten rein. Das war richtig scheiße. Auf jeden Fall, ja, am nächsten Morgen ist nicht mehr viel passiert, Schlüsselabgabe, bla bla. Sind wir eben rausgegangen. Uns ist dann aufgefallen, dass man den Schlüssel ja eigentlich abgeben sollte, nachdem man aus Motelzimmer raus und abgeschlossen hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir den Schlüssel schon vorher abgegeben haben und dann er aufgeräumt hat. Aber es wäre egal. Worin verneist ja, am nächsten Morgen, hat glaube ich gar nicht mehr geregnet, das war mir. Nein, es ist aber die Handschuhe. Man konnte man einfach ausdrücken, es war so nass, ne. Man muss natürlich alles anziehen, ich habe mich extra warm angezogen, mit Jogginghose, Jeans, Driebord, Plus-Motorrad-Hose, oben natürlich ein T-Shirt, zwei Holis, Plus-Plus-Motorrad-Jagde und so, ne. Richtig schön eingepackt. damit das hoffentlich nicht mehr so kalt wird wie gestern ja dann waren wir auch draußen also hier zusammengepackt ja das nächste ziel war dann auch zu hause eigentlich was aber auch noch ein paar stunden ging natürlich gefahren trocknen losgefahren ist auf jeden fall nice zwischendurch hat sie wieder richtig schön geredet war wieder richtig alles nass die handschuhe wenn man so manche drin war konnte man die Faust machen es hat einfach richtig runter getroffen also widerlich mit dem vater war es nicht richtig schön kalt war auf jeden fall nice johann irgendwie so und müssen ungefähr so um zehn losgefahren schätzt sich um 12 oder 1 haben wir noch ein bisschen Hunger alles klar haben uns in den Döner gesucht perfekten gefunden erstmal komplett bestellt normalerweise fressen wir den dünner fladenbrot hier nur mit fleisch und cocktail so ohne salaten in der schweiz weil das brauchen wir nicht komplett bestellt dachte mir alles klar der typ bringt einfach mit salaten tomaten und alles scheiße ich dachte mir was los bei dem hohen sohn alles klar habe ich halt die scheiße so gefressen richtig gesund auf jeden fall das geile war auch wo wir den dünner gegessen haben natürlich draußen die sonne hat geschieden alter das war so nice einer und dann die handschuhe natürlich schön auf dem roller gelegt die waren trocken nachher die hand schuhe war einfach trocken man das war so geil dass der echter kurz trocken muss Prozent die müssen wir und Jürgen noch mehr weiter gefahren ist wieder wischen geredet nachher dachten sie haben sie können aber wieder Regen dann wieder wischen Sonne das mit der Handschuhe ausziehen mit einem mit Recht natürlich Gas geben damit links irgendwie im Wind bisschen trocken lassen die Handschuhe auf jeden Fall auch lustig die Jürgen so natürlich weitergefahren vielmehr ist er auch nicht mit mehr passiert ist er hat wieder richtig angefangen zu regnen wieder richtig heftig er ist und nicht nach Hause angekommen vielleicht um 5 also 17 Uhr oder so wir sind locker so ist sechs zehn Stunden nach Hause gefahren das war auf jeden Fall nice zu Hause erst mal fett duschen gehen älter nachher richtig schön ins Bettchen kuschelig warm alles war so nice ja das war nicht so meine Geschichte warum gestern kein Video kam was ich das Wochenende über gemacht habe und ja aber ich darf mal eine kleine Realize-Story-Lehmann mal bisschen was über mich aus meinem Leben aus dem privaten Leben was ich so erlebe bla bla ich hoffe natürlich euch hat zu einer Scheiße gefallen lasst schreibt doch gerne in die Kommentare wenn ich öfter mal sowas erzählen soll wenn ich was erlebt habe was gemacht habe einen Trip oder irgendwas schreibt es gerne in die Kommentare wenn ihr sowas ziehen wollt lasst doch gerne ein Like da wenn ihr das wollt und ja ich hoffe natürlich euch hat es gefallen wir sehen uns gerne morgen wieder Leute um 18 Uhr haut rein und tschau D Kurzer durch Vielen Dank.